jo leute willkommen zurück zu einem weiteren video auf meinem kanal und ja heute ist weihnachten ich wünsche euch natürlich fröhliche weihnachten auch an euch ja das ist ein kleiner one taker bei ich jetzt halt natürlich nicht so viel zeit habe jetzt 19 25 ich muss gleich wieder weg und ja ich möchte aber trotzdem ein video rausbringen und möchte gern was ankündigen und zwar werden jetzt halt nächste zeit und jetzt auch wieder wie das kommen wahrscheinlich auch projekt gehe ich mal ganz stark davon aus auf meinem kanal dass da wieder ein wahl bekommt turo will ich morgen noch hochladen wir können nicht denken dass das dann jetzt das ende morgen ist leider ich bin ich weiß ich komme nie dann dazu wenn projekt fertig ist habe ich dann kurz keine motivation für das video und dann halt auch generell gerade so kein bock ist wegen wie immer leider so aber ich mache jetzt noch schnell in röntgen kurs gehe und ich will auch die tage es gibt 64 hochladen habe ich richtig bock darauf weil das ist return einfach mal wieder aufkommen und ist sogar und ja versuchen wir das ich bin mal gespannt nur eingespielt jetzt aber passt schon und welche trotzdem jetzt nicht gewinnen das geht es mir nicht davon aus aber ganz lustig einer one taker heute an weihnachten ich habe irgendwie aus der lute ist auch irgendwie komplett anders dieser typ hat natürlich direkt schon mal rein leute ist also das habe ich mir jetzt echt an weihnachten bei der ersten runde gewünscht ja ist jetzt aber so kannst du es machen mache ich noch eine runde und dann war es das leider auch schon mit dem video im schweiß ist ja kurz aber ich glaube ihr versteht das ist weihnachten und ich versuche jetzt wieder in den ferien jetzt regelmäßig wieder zu bringen ich habe ferien bis zum 9 januar das sollte auf jeden fall klar gehen es ist so lächerlich ja leute das video ist deshalb von gameplay grab aber das soll es ja auch nicht soll ja auch kein game der video sein ich möchte einfach nur wirklich froh weihnachten wünschen und ja leute dass das bis zum nächsten video bis dann ciao